Willkommen bei Capsule. In dieser Spezialserie widmen wir uns ganz dem Thema Immobilien. Wir sind hier an der Immo22, der Immobilienmesse in Zürich. Mein Gast ist Roman Bolliger, Verwaltungsratspräsident, CEO, Eigentümer von Swiss Circle und Partner von Immo22 als solcher. Langjähriger Immobilien-Marketing-Spezialist. Wie hat sich die Branche verändert in den letzten paar Jahren? Wir befinden uns in einem historischen Hoch in der Immobilienbranche zurzeit. Das war aber nicht immer so. Wenn man ein gewisses Altererfahrung erreicht hat, dann weiß man, dass es nicht immer aufwärts geht. Aber zurzeit sind wir schon in einem außergewöhnlichen Hoch. Wir fühlen uns wohl. Und das erklärt vielleicht auch den Erfolg der Immo22 mit den sehr hohen Besucherzahlen, die wir heute und dieses Jahr ausweisen. Wenn Sie sich die Branche anschauen, was ist schlimmer? Welche Wolke am Horizont ist dann schlimmer? Ist es die Tatsache, dass man ja immer das Corona-Wölkchen hat und mit Omikron ist es ja tatsächlich ein Wölkchen? Oder ist es dann, wie würde man sagen, die Zinssituation? Was beschäftigt die Branche mehr? Ich glaube, die Corona-Situation hat uns nicht so fest geschadet. Vor allem, weil die Asset-Klasse Immobilien ist ja eher noch attraktiver geworden. Also das hat uns nicht so beschäftigt. Vielleicht Rahmenbedingungen wie organisieren wir uns den Alltag mit Homeoffice und so vielleicht schon. Aber der Branche geht es ja eigentlich nach wie vor gut. Ich glaube, das, was man vielleicht mit Vorsicht beobachten muss, ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es auch wieder mal runter geht. Und dass man auf dem Boden bleiben muss und bescheiden bleiben muss und auch etwas sicher handeln und denken sollte. Und das geht einigen von den Branchenakteuren vielleicht auch ab, weil sie haben gar nichts anderes erlebt. Und das ist ein Problem. Ein paar Jahre her, Ende 90er Jahre, war ja dieser bekannte Crash, der ja viele noch vielleicht in den Knochen steckt, die länger dabei waren. Jetzt Stichwort, was wir heute sehen, ist ja die Digitalisierung. Die hat sich sehr stark verändert. Vielleicht hat die Corona-Krise hier noch einen Schub gegeben. Wie sehen Sie das jetzt als Spezialist? Ich glaube, ganz bestimmt ist hier ein Schub passiert, weil vieles konnte nur noch online passieren. Und das hat natürlich diese digitale Aspekte gestärkt. Wir sehen das in unserem Partnernetzwerk Swiss PropTech, wo wir PropTech-Unternehmen, Start-ups und PropTech-Unternehmen zusammenführen. Und da hat sich sehr viel bewegt. Einerseits haben die Aufwind erhalten. Andererseits müssen sie auch, solange sie noch klein sind, müssen sie auch kämpfen mit vielleicht beschränkten Mitteln. Aber overall hat die Corona-Pandemie doch vieles bewirkt, was positiv ist. Weil viele jetzt auch gesagt haben, jetzt ist die Zeit, um zu digitalisieren. Wobei vorher war etwas Zurückhaltung da. Aber jetzt sind viele offen und sagen, es wird in diese Richtung gehen. Was erwarten wir? Also ich habe gesehen, es hat auch viele Aussteller, die solche Concierge-Systeme anbieten, dass man nicht mal mehr ein Willkommensdesk hat, also ein Büro ohne Empfang quasi. Wo geht es dann hin und in welche Richtung sehen Sie das? Es gibt verschiedene Aspekte in der Digitalisierung. Die befasst sich mit allen Branchen oder mit allen Segmenten, sei es die Planung, Entwicklung. Ein sehr stark digitalisierter Bereich mittlerweile. Auch im Bau sehen wir heute zum Beispiel Roboter, die bauen mit Beton. Die Bauplanung, sehr viel Digitalisierung. Dann in der Finanzierung, da haben wir ja eine Schnittmenge mit der Finanzwelt. Und weiter auch in der Ausführung, in der Vermarktung, in der Bewirtschaftung, Facility Management. Also überall ist eigentlich die Digitalisierung im Vormarsch. Stärker da, wo es nur um Dienstleistungen geht. Etwas später kommt es dann da, wo es um Hardware geht, weil da sind die Lebenszyklen einfach sehr lange. Und da braucht es eine Zeit, bis da wirklich digitalisiert werden kann. Aber bei den Dienstleistungen rund um Immobilien, da sind wir schon sehr weit mit digitalen Tools. Dann kommt noch etwas sehr Auffälliges hier, auch wenn man durch die Messe spaziert, auch sieht. Die ganze Frage nach der Nachhaltigkeit, das sind auch ein Riesenthema an den verschiedenen Veranstaltungen. Es gibt Anbieter von fixfertigen Lösungen, die man in die Garage stellen kann für die Elektromobilität. Was ist das, wie groß schätzen Sie das ein, dieser Trend? Also ich glaube ESG, das Buzzword, das ist definitiv angekommen bei uns in der Branche. Der Schwerpunkt ist immer noch auf dem E, Ecological am Anfang. S&G etwas weniger, das muss sich noch entwickeln. Man muss sagen, mindestens sprechen tun alle davon mittlerweile. Es setzen es noch nicht alle um, aber das braucht noch seine Zeit. Und es ist ein Thema, das uns überall eigentlich beschäftigt, in den Forumen, in Diskussionen, an Kongressen. Und da wird einiges passieren in Zukunft. Ich habe immer noch Ihr warnendes Wort im Ohr. Wie wird es jetzt in Zukunft sich entwickeln? Wohin geht die Branche nach diesem gewaltigen Wachstum? Als Schlusswort. Ich glaube, es geht uns nach wie vor gut. Ich hoffe, es bleibt noch weiterhin so. Ich habe etwas Bedenken, dass wenn es einer Branche gut geht, dann kommen plötzlich Regulatorien, die das bremsen möchten, bewusst, unbewusst. Und vielleicht ist das eine Gefahr, die auf uns zukommt, dass wir uns sehr selbst beschränken, wenn wir uns grossen Regulatorien unterwerfen. Aber sonst sehe ich eigentlich sehr positiv, auch in den nächsten Jahren, für die Immobilienbranche. Vielen Dank, Herr Bolliger, für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war Capsule mit einer Spezialausgabe von der IMO 22, spezialisiert jetzt auf das Thema Immobilien. Vielen Dank und bleiben Sie da. Vielen Dank.